und damit herzlich willkommen zum vierten an event meine damen und herren wir spielen heute minecraft in jump world nicht jump league jump world mit shivan und wenn es jetzt wird einfach dann noch ein drittes video geben an weihnachten bei mir weil sie war nicht ich habe es zu schneiden und es aufzunehmen wir haben heute nämlich nicht mehr viel zeit aufzunehmen als der einzige tag wo wir noch aufnehmen können ja gut auf jeden fall jump world battle jan er will sie waren weihnachtsmaps wir fangen an bei nummer 1 let's go runde nummer 1 ich würde sagen 321 es geht los ich gewinne also es gibt möglichkeit es gibt nur eine regel hier bei den japan weißt du welche ja ich darf nicht wieder leben ich gewinne die regel ist ich gewinne ja das ist die regel problem damit ja ich hab den ersten kristall gefunden das war 2d war habe ich nicht richtig kennengelernt ich habe eine sd karte das sachen speichert und habe das habe das ob es eingestellt dass alles darauf gespeichert wird das heißt dass viel gespeichert auf dem dünster auf jeden fall auch mal eine sache die ich gemacht habe ich habe ein bisschen meine playlist auf dem kanal bearbeitet ich habe tatsächlich mal ein paar sachen in der playlist getan zum beispiel auch was ihr abchecken könnt die advent videos vom letzten jahr der hat sich nämlich auch ein advent sachen gemacht nur ohne weihnachtsvideo dort und ja bei dem ist ist halt so er übrigens gewonnen bei dem war es nämlich so dass ich jeden tag ein anderes er jeder jeden tag genau jeden advent ein anderes game gezockt hatte und hat sich aber leider keine freunde hat und einfach weil es so schön ist gucken wir jetzt noch mal ein bisschen die wand so viel elendig verkackt die war hast du eine musik wunsch den ich reinschneide ich glaube es geht nicht aber obwohl erstens copyright und zweitens ich habe nie die idee was ich reinsteine du willst hunde ich gebe dir hunde die die Ich guck, ich war knapp hinter dir. Ich bin weg, wir gehen uns in Runde 2, erst wird 1-0. Arschbendt, Arschbendt, mein Arschbendt. 1, 2, dann 3, dann 4. Und dann, und dann, Kopf erkranken, weil ich Arschbendt. So, wollen wir diesmal lesen oder rennen? Schumpfte Beine, ach Mensch. Okay, let's go, zweite Runde. Ähm. Chivan? Ja. Alles gut. Oh mein Gott. Entkotzen. Was war das? Adi hast du grad gesungen, Adven, Adven, mein Arschloch. Doch hast du. Und ich schaffe diese Passage nicht. Das ist jetzt aber schöne Sprung. Du bist schon fast bei mir. Nein, er ist. Ey, wenn ich jetzt gleich sehe. So, Checkpoint 8, ne? Könntest mich halt noch einholen. Nein! Nein! Oh, verpiss dich! Scheiße! Scheiße! Ah! Scheiße! Leck mich an mir! Jetzt komm, bitte! Der letzte Sprung ist halt so... Nein! Nein! Meine V-Taste hat gebargt! Ey! Du streckst die V-Taste, du reiß' dich aus meiner Faschatur! Ich dachte, das sollte ein Problem werden, Chivan. Ja! Ich hab' den Checkpoint! Sieh's, ich hab' den Checkpoint! Ich reiß' diese V-Taste trochę! Chivan, sieh's, dass ich hab' den Checkpoint! mein gott alter nein oh gott verpiss dich scheiße menschen was hat luigi's menschen jetzt damit zu tun nein doch du kleiner kleiner ich hab's übrigens auch geschafft jetzt mein sieg ich hätte es auch fast geschafft aber sagt du bist du jetzt eigentlich da wir gucken sie waren zu teil 2 ich hab gerade ich bin ich bin natürlich mit dem schnee heiler das müssen wettel ich so weiter in der dritten und meiner letzten runde netz die letzte map die wand ich würde sagen drauf los geht's auf los geht's los machen wir wenigstens jetzt nur mit vorlesen auf los geht's los keine gnade so das war's mit dem video steht jetzt schon fest was hast du gesagt war's mit dem video steht schon fest wenn er gewinnt ich wusste einfach anders wenn er gewinnt schon ich glaube ich vielleicht schon da hinten das ende kommt nein 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 er kann jetzt oh mein gott nein ich habe mich jetzt bin ich dumm oh nein wollen wir nicht verarschen wollen stimmlich verarschen jetzt ist es noch einer runter der geht runter der gut was ist das für ein frum man hat mir deinen arsch nicht in mein gesicht ja was machst du da um springst du von dort man kann noch ein weiter jemand da hier gibt es noch eine leiter nein aber der nicht dann machst du halt den hier jetzt ab den sprung ich habe geschäftet was passiert was passiert aber jetzt guck dir mein arsch an da 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 ich bin jetzt in einem grauen geschenk und ich will das auspacken deswegen muss ja durch springen aha ja nein keine ahnung bester freund womit habe ich das verdient hast du jetzt einen guten freund ja oder so ein guter freund wenn du es nicht in der gött steckt um mein gott jiva hier ist wieder so eine passage und ich mir denke ich halte fast dann wäre ich hätte es fast geschafft 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 5 4 5 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 6 5 6 6 7 7 8 9 9 6 6 7 7